Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Schönen guten Morgen, Mittwoch, der 6. Juni 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 387 und ich habe heute die folgenden Themen mitgebracht. My Heritage, Pixel 2 XL, Facebook Datenleck, Facebook Daten, Mojave, Facebook ID, Touchscreen. Das waren die Themen und ich würde sagen, ich stürze mich gleich ins Erste. Das ist ein bisschen eine traurigere Nachricht, denn es sind wieder mal ein paar Benutzendaten verschwunden oder entwendet worden. Besser gesagt, verschwunden sind sie ja nicht. Und zwar nicht nur ein paar im Sinne von 15 oder 100 oder 1.000 oder 10.000 oder 100.000, sondern 92 Millionen Nutzer der Software oder der Online-Plattform My Heritage, die unter anderem eben eine Stammbaum-Plattform anbietet, deren Kundendaten bis und mit zum 26. Oktober 2017, also all die vorher da schon Kunde waren, sind ausgeraubt worden, sprich die Daten rausgezogen worden. Benutzernamen und ein gehashtes Passwort. Also allzu viel kann man mit den gehashten Passwörtern nicht anfangen, vor allem, weil es jedes individuell hinterlegt ist. Aber dennoch sollte sowas natürlich nicht passieren. Die restlichen Dinge wie DNA-Daten und sonstige Geschichten liegen auf separaten Server und die Zahlungen der Mitglieder für die Plattform und für die Nutzung der wurde über Paypal und andere Drittentwickler angeboten. Somit ist man da auf der sicheren Seite. Dennoch sehr unschön und ja, wieder mal wie immer Passworte ändern und wenn möglich Two-Factor-Authentification nutzen. An genau einer solchen will man jetzt bei der Plattform deutlich schneller arbeiten. Geplant war es schon, aber das wird man jetzt forcieren. Auf jeden Fall keine dumme Idee. Dann dafür eine dümmere Idee ist, wenn ihr ein Pixel besitzt, vor allem Pixel 2 XL und das neueste Juni-Sicherheits-Update von Android installieren möchtet. Denn da tauchen aktuell immer mehr Fehler auf. Und zwar ziemlich unschöner Fehler. Das Entsperren eurer Smartphones dauert dann nicht mehr so ein paar Sekunden oder Bruchteile von einer Sekunde, sondern eben deutlich länger. Und sowas will man einfach nicht haben. Auch wenn es nur zwei, drei Sekunden sind, das auf den Tag summiert, sind dann einfach ziemlich mühsame viele, viele Sekunden, respektive Minuten. Und ja, das gibt ein unschönes Gefühl, will man nicht haben. Deshalb wartet noch ein bisschen ab. Da wird Google hoffentlich noch nachbessern. Ansonsten Updates gerne vor dem Installieren immer mit einem Backup abdecken. Da kann man im schlimmsten Fall wieder zurückgehen. Es ist ein neues Daten-Lag bei Facebook aufgetaucht. Nicht genauso groß wie damals vom Cambridge Analytica-Skandal, sondern es geht mir darum, dass Facebook generell unterscheidet zwischen Partner und Drittanbieter. Drittanbieter sind eben solche Dinge wie Analytica etc. Und Partner, das sind die, die näher gebaut sind und die dann auch mehr Informationen von Facebook bekommen. Grundsätzlich untersagt Facebook seinen Partnern, die Daten auf eigenen Server zu speichern und rauszuziehen etc. Aber eben, schwarze Schafe gibt es ja überall. Wie man darauf gekommen ist, mit dem alten Blackberry Hub konnte man die Daten raussaugen aus diesem Facebook. Und zwar sind somit die jeweiligen Partner dann dazugekommen, nicht nur persönliche Daten, Religionszugehörigkeit etc. zu bekommen. Viel schlimmer, sie haben die Daten auch bekommen, wenn der Nutzer grundsätzlich Facebook verboten hat, diese weiterzugeben. Also quasi nicht angegeben hat, dass man das Ganze teilen darf, dass es nur privat ist. Und solche Dinge, zumindest händisch kann man das auslesen, es bleibt zu hoffen, dass es maschinell nicht machbar ist. Ansonsten ist sicherlich da schon mal jemand draufgekommen, das zu tun. Was dann eben wieder unschön wäre. Und jetzt komme ich von dem Facebook-Daten-Lag zu Facebook-Daten. Da hat Apple an der WWDC ja gross was dagegen gemacht und gesagt und das auch jetzt in einem Interview noch nachgedoppelt. Tim Cook hat ein Interview gegeben, wo er eben gesagt hat, dass sie das Ganze dicht machen. Die Tracking-Funktion, wie schon von Craig Federici vorgestellt, auf der Apple-Bühne am Montag, dass die ganzen Tracking über Likes, Buttons etc. ausgehebelt werden, indem, dass der Nutzer die Sepra-Pro-Seite freigeben muss. Und das ist ja auch gut so, finde ich. Zum einen natürlich unschön für Leute wie wir, die hier Podcasts machen, die hier Dinge im Internet verbreiten, Blogposts schreiben etc. Aber genau aus dem Grund setzen wir ja auf ein Plugin, was ja erst dann beginnt zu laden, wenn ihr aktiv auf den Knopf drückt. Also bei uns seid ihr, was das anbelangt, safe. Generell, bei uns werdet ihr ziemlich überhaupt nicht ausgespäht. Zumindest sagen das die Tracker. Und ich, der die Plugins installiert. Und die Codes dahinter etc. Gehen wir weiter zu macOS Mojave, 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 glaube ich, genau. Das macOS-Betriebssystem, jetzt weiss man, wo man es auch installieren kann. Wenn ihr ein MacBook Air älter als 2012, ein MacBook Pro älter als 2012, ein Mac Mini Ende 2012 und ein iMac Ende 2012 sowie ein Mac Pro Ende 2013 und älter besitzt, dann habt ihr Glück, dann bekommt ihr das neue Update. Alles andere wird wie immer mal wieder abgeschnitten. Also hier bei macOS ist man ein bisschen am Schnibbel gewesen. Bei iOS geht es ja weiterhin bis zum 5S zurück. Aber das hatten wir gestern schon in der Daily drin. Dann geht es weiter zu einer Aussage, die auch Craig Fageriki im Nachgang erklärt hat, respektive in einem Interview mit der Wired oder mit dem Wired Magazin. Schon an der Präsentation hat er gesagt, nee, es wird nicht so sein, dass der iOS und macOS zusammenschmelzen wird und jetzt hat er da nochmals nachgedoppelt. Es wird auch nicht so weit kommen, dass Apple oder Macs verbaut mit Touchscreen. Also ich nehme an, da sprecht er vor allem dann die MacBooks und die iMac-Geschichten an. Und ja, da geht man auch einen anderen Weg als Microsoft jetzt in dem speziellen Beispiel oder Google mit den Chromebooks etc. Spannend, spannend. Ich bin mal gespannt, ob man das wirklich ganz durchzieht oder irgendwann dann vielleicht doch auch mal was in die Richtung bringt. Wer weiss, wer weiss. Wir werden es sehen. Das waren die Neuigkeiten, die ich heute für euch habe aufschnappen können. Ich hoffe, ihr habt etwas mitnehmen können. Wünsche euch einen erfolgreichen und schönen Tag. Und ja, freue mich, euch morgen wieder zu hören. Euer Pockipsi. Bis dann. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.